Go Ninja Diffuse. Diffuse, Diffuse, Diffuse. Easy Diffuse. Oh, Kinder! Was geht denn bei euch ab? Ich werde euch jetzt eine ordentliche, eine richtig gemütliche, eine aggressive Runde hinhasseln hier. Das habt ihr nicht gesehen. Erstmal die Verzehntblumen entfernen hier von der Map, ja, weil das macht mich zu ruhig. Das macht mich einfach zu ruhig, so Blume. Dann werde ich wahnsinnig, wenn ich zu ruhig bin. Ruhepuls, brauche ich mindestens 880. Du, guck, oh, ich habe das gesehen, der Ruhepuls, wie er es gemacht hat. Das ist halt, ne, das ist halt so... Aha, Achtung, Ruhepuls. Drei... Ich habe mich angefrackt! Okay, komm her. One team fliegt mein Sohn. Oh! Das ist der Ruhepuls. Achtung, die Smog, wie sie da oben reinfliegt. Oh mein Gott, der Ruhepuls hat versagt. Wow! Easy. Bam, Bitch, aha, get... Oh, mal gucken, ob jemand da ist. Hello, Team. Oh Gott, es labert keiner. Wir werden verlieren. Nein! Dropper 1, 2... Oh! Was eine Scheiße! Wow! Da kommt einfach das Huhn über das Dächlein langgesprungen. Crazy! Alter, ich hoffe, ich hoffe, dass die gerade alle einen Schlaganfall haben und dann widersprechen. Weil, das ist scheiße. Okay, guck mal, es sagt doch keiner an, wohin geht. Ich raste aus, Mann. Wir werden sowas mal verlieren, wenn die Waffen haben. Außer, die können durch Skill einfach hier überzeugen. Ach, sowas könnte ich aber... Da könnte ich doch wieder an meinen Ruhepuls runterfahren, wenn ich sowas mitbekomme. Man kommt in den Team und keiner spricht. Das ist doch scheiße. Oh, ein Bomb ist down auf B, okay. Nach der Runde haben sie Waffen, also dann zerrupfen sie uns und keiner kommt uns... Er hat was gesagt! Was? Ja! Sehr schön! Sehr schön, mein Sohn! Was? Ich bin einfach nicht mehr so ein P90-Pro, wie ich früher einmal einer war. Also jetzt ist es... Es ist aus! Der Käse ist gegessen! Das Buch ist zugeschlagen! Der Drop ist gelutscht! Da beißt die Maus keinen Faden ab! Ja? Ich bin mir ganz sicher. Der Frühvogel gräbt nun mal die Grube, in der er dann selbst ein Bratwurst-Bratgerät brät. Seht ihr? Vierte Runde. Nase Peter. Pop down! Oh, Männer! Verschiebe! Aber zackig! Counter-Terrorist-Win! Oh! Da ist einer disconnected von den Gegnern! Sehr schön! Vorsprung ausbauen! Activated! Also ich geh jetzt immer auf Alarm, hab ich jetzt richtig verstanden. Oh! Oh! Die gehen aber auch ab! Krass! Ich gelade da gerade gar nicht ab, aber ich... Also ich find, vom Taktischen her mach ich's perfekt. Da ist der Rest noch mein, weit von meinem Skill entfernt. Aber irgendwie bekomm ich keine Kills, weil ich zu taktisch bin. Ich stell mich halt so gut hin, dass ich keinen Gegner sehe, welch ich rush halt nicht so rum wie die Vollidioode. Aber wahrscheinlich ist es auch genau die Taktik, die die Gegner eben, äh... Brauchen, um gefickt zu werden. Ich bin noch zufrieden im Moment. Ja geil, der ist gleich ganz weg, der wächst. Oh, was ist das? Es ist so wie Weihnachten und Geburtstag, äh... Und deine Mutter zusammen. Warum Russen? Ich bin doch auch Deutsch und schreib nicht Deutsch. Eigentlich ist die Internetsprache, die offizielle Internetsprache, die er spricht, also zumindest im Gaming-Bereich. Da wird kein Französisch gesprochen, kein Spanisch, kein Russisch und kein Deutsch. Sondern ich. Gerade die Russen sprechen doch eigentlich dieses lustige Englisch, dieses... So ein bisschen gemischt, aber immerhin Englisch. Da machst du dein Ex. Kann man sich da hinsetzen, da hoch? Also sich hoch boosten lassen, geht es da? Sag doch mal jetzt. Sag doch mal. Bomb ist dauernd mit. Bomb dauernd mit. Yeah. Bomb ist immer noch dauernd, dank mir. Die dicken Snitches. Ha, guck mal, die Hühner. Was machen die denn dauernd, Mensch? Aber jetzt pusht ihn bitte nicht. Der blaue stirbt, Achtung. Und da ist er dauernd. Counter-Terrorist. Gut, immerhin hat er dann gebumst, aber trotzdem, Leute. Ey, das war echt knapp, okay. Hätten wir auf mit dem Scheiß. 6-0. Für den Moment. Nicht übel. Nicht übel sprach der Dübel und übergab sich in den Kübel. Aber trotzdem. Auch nicht gut. Und da wollen wir hin. Da ist gut. Wir sind gerade hier. Hier ist gut. Global May. Die Strecke müssen wir überbinden. Also praktisch X minus Y, ja. Um genau zu sein. Wenn ich jetzt die Kante an die Gegenkatheter anlege und dann die orthogonalischen Faktoren, äh, olfaktorisch durchrieche, dann kann ich nur eins sagen, meine Damen. Nice, Mann. Gute Communication. Das will ich hören, mein Sohn. Oder, also mein... Ah! Wie ist es? Thank you. Oh, je. Aber Leute, jetzt wird's. Es wird. Die kommuniziert immer mehr. Die kommen aus ihrem Eispanzer aus. Man kennt's ja, die Russen, ne? Klar, ist halt sehr kalt dort. Da ist man dann natürlich auch schnell mal eingefroren auf der Toilette, wenn man zu lange sitzt. Da ist der Schniedel dann an das Porzellan gefroren. Aber, meine Damen, und das darf man nicht vergessen an der Stelle. Und gerade weil ich scoob mir der meine. Oh, shit. Nein! Ja, er ist abgefackelt! Ah! Ich hab ihm nämlich noch 91 gegeben, dem Sack. Übrigens, übrigens, meine Damen. Und meine Herren. Ich werde jetzt demnächst in einen Greenscreen investieren. Und in, ähm, so Lampen, die mich anleuchten. Und dann guck ich, dass ich auch einen Greenscreen, wie gesagt, hab. Und dass ich auch richtig das hinter mir auskehren kann. Also, da bin ich schon stark dran. Der macht das jetzt. Der macht das jetzt! That's tough! The black Jesus! Komm schon! Ich mach gleich bum bum. Oh! What? Alter! Oh mein Gott, Kinder! Wie knapp war das? Weißt du, Jesus und Gott berühren sich schon so. Und dann doch ne... Pff! Alter Verwalter, Mann! Wie knapp war das? Ey, scheiße, jetzt haben sie voll gekauft. Jetzt haben sie voll gekauft. Bloß nicht Rusche, ihr Pimmel. Ich hab mich aber auch mit da oben so dumm angestellt. Hier, ich bin einfach rausgegangen. Macht man natürlich nicht, ne? Allein down the smoky smoke. The smoke, smoke, the smoke, smoke, the poke. Hm, mein Gepisser. Krass, er ballert mir... Er ballert zu mir. Hat er mich gesehen, oder was? Dieses Lackerschwein, oder? Ich kann's echt nicht fassen, dass der mich jetzt gepimmelt hat. Ich hätt einfach ne Dinge hinhauen sollen. Die haben aber keine Zeit mehr gehabt. Ich hätt einfach ne Flamme hinhauen sollen, dass sie nicht durchkommen. Nice. Aber die Mates haben geregelt. Sehr schön. Und guck mal, trotz des, dass ich schon defused hab und hin und her hab ich erst einen Stern und bin unten. Ganz unten. Die Leute gehen richtig ab. Das sind so ganz stille Globals. Weißt du, so wie ich? So wie ich? Total still. In meinen Videos wird sich ja auch drüber beschwert, dass ich nichts sag. Aber Leute, ich mach halt gerne Gameplay-Videos. Und schweig dazu, okay? Also, seid mal ruhig jetzt. Oh shit, brah. Warum tust du mir das an, bitch? Wow! Nein! Mit one is going on. Ich bin der König des Pechs, oder? War das jetzt nicht wieder drin? Ich will wie üblich auf meinen Alang gehen und dann kommt der Kollege dahin. Okay, ich denk mir, gut, ich geh runter, mein Sohn. Ich geh runter, ist in Ordnung. Dann schmeiß ich das mal auf und dann kommt der direkt. Und pimmelt mich. Nice, Black Jesus. There must be something to get out of here. Huck, jetzt weiß ich nicht, wo er hingeht. Jetzt geh ich halt direkt hier lang. Wisst ihr? Zack. Schon bin ich safe. Kann man eigentlich drauf? Shit. Ich geh halt, du Püscher. War direkt noch einer. Ich hab ihn gehört. Irgendwo... Ah, unten ist er. Was machen die denn zu zweit? Die wollen nicht zu zweit lifen. Wieso rumrennen? Ich krieg's doch hin. Übrigens, Leute, wisst ihr was? Hab ich euch noch gar nicht erzählt. Monsieur Rathwell. Ich verlinke ihn auf jeden Fall hier unten. Schlag mal, wenn ich's vergesse. Er hat gemeint, sobald ich die 4000 Abonnenten erreiche, wird er uns, der Community, ein Messer spenden. Dieses Messer werde ich dann als Giveaway an euch raushauen. Möglicherweise werde ich bei dem Giveaway das dann so handhaben, dass nur Abonnenten mitmachen dürfen. Nein, 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 nein. Mit one. Bitches! Dabki, mo' fucker! Dabki! Dabki! Ja, das nur Abonnenten mitmachen, weil das ist ja dann tatsächlich eben für diese 4000. Also, sobald wir die 4000 Dummbabler erreichen, ja, dann gibt es ein Messer für euch. Leider nur eins, ja. Eins an einen der 4000. Nicht an mich. Ja, ja. Seht ihr mal? Merkt ihr was? Da könnt ihr euch dann schon mal drauf freuen. Es sind ja nur noch 985 Abonnenten, die fehlen oder so. Also, easy! Dann geht's richtig ab, Kinder. Alter Verwalter. Mit einem Knife. Leck mich am Ärmel. Ich bin gespannt. Weißt du, die meinen, sie können jetzt hier sich durchdrücken. Achtung. Drei, zwei, eins. Doch nicht. Und du bist schuld, Huhn? Blah! There must be something out of here. Ach, jetzt teilen wir uns schon wieder anders auf. Jedes Mal stellen wir uns anders hin. Ihr Pissner. Ich schmeißt mir nicht dahin. Alles klar. Ich finde es gerade ein bisschen krass, wie stark wir die klatschen. Oh. Und schon, oh, schon geht's. Und schon geht's. Geht die Klatschung zurück. Go Ninja defuse. One long. Defuse, defuse, defuse. Easy defuse. Es war noch zwei Leute. Ich hätte mich jetzt echt nicht getraut zu defuse, Mann. Ich habe mich einfach blind auf die Mates verlassen. Defuse, defuse. Okay. Geil. Das war Glück. Das war Glück ohne Ende. Kinder, ich arbeite mich nach oben. Hier, drei Sterne, zweiter Platz. Ich habe es halt drauf. Wow. Nein. Ich hätte einfach eine Flamme reinschmeißen sollen. Scheiße. Ich habe es dir genau gehört. Also, ich habe einen gehört. Ich muss sagen, ich war jetzt überrascht, dass es zwei waren. Wir gehen hier mit 14,1 in die nächste Hälfte. Pervers. Pervers. Zu arg rumgewackelt. Scheiß die Wand an, Mann. Als wenn ich krank wäre. Ja, ich bin schon echt gespannt, wie das wird mit dem Greenscreen und mit dem Licht. Denn ich denke, das gibt der ganze Geschichte nochmal ein bisschen mehr Professionalität. Mir wird ja immer gesagt, wie gut meine Videos sein und hin und her und pipapo. Und rein inhaltlich, glaube ich, kann ich mich auch auf keinen Fall steigern. Ich bin eigentlich der beste YouTuber der Welt. Aber was das Equipment angeht, da kann ich noch ein bisschen was nachlegen. Ja. Er kippt mir einen One-Shot. Boah, hat er gut gemacht. Wirklich, das hat er echt gut gemacht. Nice. Da brauchen wir nur noch eine einzige Runde. Und schon haben wir dieses Ding hier im Sack. Richtig fett. Richtig fett. Heute, also, ich glaube, ich nehme danach direkt noch eine auf. Also, herrlich. Herrlich ist es. Ich habe euch gesagt, ich hassele euch was ganz Aggressives hin hier. Was ganz Aggressives hassele ich euch hin. So. Mal mit dem Plan an. Hör. Boah. Easy. So easy wie schon lange nicht mehr. Leute, was soll ich dazu noch sagen? Vielen Dank fürs Zusehen. Gebt auf jeden Fall doppelt und dreifach Daumen nach oben. Für diese krasse Runde. Ich bin fast Erster. Fast. Na gut, also dann, gell. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal.